Tröschitz, 35. Dezember 1903, äh, 1974. Puh, lieber Franz Wetter. Das ist ein Brief an einen guten, sehr guten Freund. Verstehst, das ist ein Brief an meinen sehr guten Freund. Ich komme morgen, ich komme heut. Ich will, ich möchte, ja, jederzeit. Verstehst, ich meine, es wär schon ratsam, du solltest's tun, wenn ich, ich kann's nicht länger ohne dein. Wie soll ich sagen, ich schäm mich so. Lieber Franz Peter Liebsten Franz Peter Geliebter, wüsst' ich nur, was besser und richtig ist. Und wo du heute ohne mich bist Und wenn du küsst, verstehst, ich möchte. Wenn ich das dächte, ach, wärst du da. Ich würde, ach, wärst du da. So, jetzt fang' ich diesen Brief schon wieder von vorne an. Hätt' ich nur etwas mehr Courage, Franz Peter, dann gibt's keine Briefe mit A und O. Ich würde einfach, ja, lach' nicht so. Ganz sicher sitz' ich noch bis morgen zum Frühstück her und denken, dass ich wünsche mir, dass uns die Post bald eine Leitung legt. Ich würde reden von früh bis spät. Franz Peter Krundach Ich möchte dich, nur einmal möchte ich. Ich schäme mich. Versteh's dich noch nicht. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich.